Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Für Nüsse weniger verschmust als die letzte Folge, wo wir uns ein Mikrofon teilen mussten. Wir haben jetzt wieder zwei Mikrofone. Ja, das stimmt. Vielleicht klingen wir auch beide ein bisschen unterschiedlich. Was kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Das ist schwer zu sagen. Ja. Ja. Ja, herzliche Folge. Ich höre echt mich komisch an, kann das sein? Was? Ich höre mich etwas komisch an. Warte mal, wir haben ein bisschen, ne? Nimm den lustigen Filter heraus. So, red mal weiter. Ja, ich höre mich. Habe ich schon ein Hallo? Oh, jetzt, da ist gerade was passiert. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite bei Für Nüsse, dem Podcast mit Dirk und Klaus. Und diese Fragen klären, die ihr uns gestellt. Die eben erwähnete Seite, das war Dirk's Seite, meine Seite ist Klaus's Seite. Ja, ne? Hier, was haben wir noch? Das ist bei mir auch an, Dirk, red mal. Ja, ich höre, jawohl, jetzt ist hier alles ein bisschen komisch. Ne, sowas versuchen wir es schon besser. Ja. Was? Ja, 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 ich versuche es mal ein bisschen abzugleichen hier. Ach, derweil kann ich ja ein bisschen über... Habt ihr auch so gut geschlafen am Wochenende, meine? Ja, bist du bei Hobbs & Shaw eingeschlafen im Kino? Nein, das war ja, also da habe ich ja seit langem mal wieder Schauspielkunst erleben dürfen. Also ich glaube, das war... Hast du das alleine gesehen? Nein, habe ich nicht. Warst du mit Philipp? Was? Nein. Ja. Ne, ich war mit Simone im Kino. Okay. Das wäre meine zweite Vermutung gewesen. Ich war mir nur nicht sicher, ob Philipp sich in den Chat aufziehen lässt. mit den Tiraden, weil ich kurz war, ich war so im Zweifel, er antwortet gar nicht mehr mit... Ja, ich weiß auch nicht, ob er jetzt überlegt hat, ob das ein Gag war oder ob das ernsthaft war oder irgendwie, da kam ja gar nichts so. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich ein digitales Ticket Photoshoppe, was ich wahrscheinlich noch machen werde, aber... Ne, ist auf jeden Fall, ja, lustiges Popcorn-Ding, ne? Also es ist jetzt genau das, was verspricht, so. Und ich habe, ich hatte ja mal damals, glaube ich, ein oder zwei aus dieser Fast and Furious-Reihe gesehen. Und da muss ich sagen, die, die ich kenne, da war auf jeden Fall der Beste. Was hatte ich denn? Also zwei hatte ich auf jeden Fall mal gesehen, Too Fast, Too Furious, und ich glaube zwischendrin noch einen, fünf oder so. Also ich habe, glaube ich, den allerersten im Kino gesehen. Ich habe den zweiten im Kino gesehen. Okay. Naja, ich meine, Jason Statham und Gwayne Johnson, das ist halt irgendwie eine lustige Kombo. Und halt dieses Mädel, wie heißt sie, die Blonde, ist die nicht auch aus Mission Impossible oder woher kennt man die? Weiß ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass da noch eine Frau großartig mitspielt. Ja, und das ist die einzig richtig Coole dabei, weil die halt auch von der Kampfchoreo muss die halt immer den Typen so mithalten und macht dann halt nicht irgendwie, weiß nicht, Schwinger, Block, Tritt, Wurf oder so, sondern sie ist immer. Kompensiert halt einfach ihren Körper, indem sie immer an den Gegnern irgendwie hochrennt und ganz viele Hebel in der Luft macht und sonst was. Also das ist dann viel interessanter, die zu sehen, wie die kämpft. Klingt so ein bisschen nach Scarlett Johansson bei den Avengers-Filmen. Ja, so ein bisschen der Style ist es dann halt auch. Wusstest du, dass Jason Statham und Dwayne Johnson und auch die anderen bei den Fast and Furious-Filmen, also wenn diese, ihrem Vertrag nachzuurteilen, würde ich sagen, kommt das ganz gut hin, weil, ich mach uns mal einen Tick lauter, weil die im Vertrag haben, wie viele Schläge sie einstecken dürfen. Hä? Die haben im Vertrag, damit keiner von denen so aussieht, als ob er einen Kampf verliert, steht im Vertrag, wie viele Schläge sie bei einem Kampf einstecken dürfen. Krass. Und angeblich ... Also ihre Figuren dann ... Ja, Dwayne Johnson hat irgendwie jemanden, der das mitzählt für ihn. Also es ist auch sehr, sehr wenig. Und wenn, dann sind das natürlich Schläge, die eigentlich jeden so auf die Knie oder zumindest auf die Bretter schon bringen würden. Und da ist es dann mal kurz ... Ja, es ist kurz mal so ein leichtes Wedeln mit einem Köpfchen und denken, war da was? Deswegen können sie auch nicht mehr gegeneinander kämpfen. Ach so, deswegen. Ja, es kann halt keinen Verlierer geben in einem Kampf, wenn da irgendwie zwei Figuren gegeneinander kämpfen, weil die das alle so vertraglich festgelegt haben. Aber ich meine, bei Spencer und Terence Hill im Zwei Himmeln und auf dem Weg zur Hölle haben sie sich ja zum Schluss auch gekloppt. Und da haben sie es dann gelöst, indem sie halt dann einfach gemacht haben, dass sie die ganze Nacht sich durchgekloppt haben, weil sie halt einfach beide halt ... Unbesiegbare Maschinen. Genau. Und das hat sie es gelöst, dass sie morgens so total müde, ohne jeglichen Schrammen und blauen Flecken und Blutergüssen voreinander stehen. Und ähnlich müsste es dann auch sein. Aber ich finde es halt schon ein bisschen ... Es schränkt halt einfach die Möglichkeiten ein, die in so ein Actionfilm ... Also wenn man mal an so Figuren wie Bruce Willis beim ersten Stirb langsam denkt, der die ganze Zeit den ganzen Film über auf die Fresse bekommt und immer lädierter aussieht bis zum Finale. Ähm ... Ja, schade. Idris sieht halt auch irgendwie ... Er hat ja diesen Superhuman-Body-Computeranzug da an. Und der steckt halt auch wenig ein, weil er halt immer sieht, was kommt. Also er kann immer Bruchteil von Sekunden berechnen, was halt kommt. Und deswegen kriegt er halt auch so gut wie kaum einen ab. Bloß zum Schluss legen sich ... Also ich verrate hier ein bisschen, weil ich glaube, es trifft hier niemand. Also du könntest mir den ganzen Film Szene für Szene erzählen und wenn ich mir dann irgendwann auf Netflix anmache neben dem Training ... Ja, das finde ich halt total süß, wie sie da halt wie so Jungs auf die Idee kommen, weil er halt immer sieht, wenn einer ihn angreift, was als nächstes passiert. Und er sagt, okay, wir machen Folgendes. Ähm, wir greifen ihn an, aber einer greift ihn an, äh Quatsch, zwei greifen ihn von verschiedenen Situationen, äh von verschiedenen Richtungen aus an. Somit kann er sich ja nur auf einen konzentrieren. Und damit überlisten sie ihn zum Schluss. Und ich glaube, da wird dann auch ... Was ist denn das für ein Programmierfehler im Anzug? Und da wird das dann, glaube ich, auch gezählt, weil da siehst du dann halt, wie Idris halt dann irgendwie Jason ausweicht und Jason dann voll gegen das Kinn schlägt und dabei kriegt er halt den Ellbogen halt von Dwayne ins Gesicht und das dann so zeitlich irgendwie so ... Und das dann halt so drei-, viermal solche Dinger, bis sie dann halt irgendwie halt Matsch haben, weil er merkt, er kommt gar nicht weiter, weil jedes Mal kriegt er einen rein. Der Untertitel von dem Film ist auch Hobbs & Shaw, Teamwork makes the dream work, oder? Naja, laut Dwayne ist es ja Hobbs and the other guy. Jesus Christ. Ja. Und Spoiler Alert, es gibt so einen Cameo-Auftritt von, wen wundert's, Kevin Hart, als, wie heißen die Leute, die im Flugzeug sitzen, diese Fly Marshal, Air Marshal? Sky Marshal. Sky Marshal, ja. Und natürlich ist halt irgendwie so ein Nachtflug, weiß nicht, wohin sie gerade fliegen und Jason und beziehungsweise Hobbs und Shaw streiten sich natürlich, alle pennen, aber die streiten sich relativ laut und natürlich ist keiner wach und dann dreht er sich um und meint, hey! Und versucht, die zu beruhigen und hat aber das ganze Gespräch mit gekriegt und versucht, sich quasi in irgendwie deren Arbeit einzuquatschen, weil er halt total fähig ist und weil er total der Sky Marshal mit Super Connection und sonst was ist, den sie dann später zum Schluss auch nochmal nutzen. Ja. Aber es war ganz klar, weil die ja so Best Buddies sind, dass sie den halt irgendwie reinbringen und es hat auch Dwayne, glaube ich, so ein bisschen erwähnt, den er meint, es gibt Cameo-Auftritt, ich werde ihn nicht verraten, ich sag nur, es ist ein ganz, 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 ganz kleiner Auftritt, also fast, also es ist fast nicht männlich, der Auftritt und sowas, um dann schon wieder in diese Richtung zu gehen, wie halt Kevin halt immer verarscht. Ja. Aber es ist halt definitiv so ein Popcorn-Ding, den man sich so wie halt auch die ganzen, keine Ahnung, Mission Impossible oder Sturplank und so öfter. anschauen kann, so. Das ist halt, also es hat halt nicht die Qualität, vielleicht die ganz großen so, aber es ist definitiv, also es gibt halt dann irgendwie eine geile Verfolgungsjagd in London, das ist halt dann ziemlich cool, weil es halt einfach total eng ist alles und was ein bisschen schwierig ist, Idris hat halt so ein super Motorrad, was halt dann auch alle möglichen Lücken halt vorher berechnet und halt übertrieben schnell fährt und da, also die Autos mit Sicherheit auch, aber bei dem Motorrad siehst du halt regelmäßig halt einfach das komplett CGI gebastelt oder er dann halt irgendwie unter so einem LKW durchslidet und das Motorrad sich so fast flach klappt, damit er halt runterkommt und da siehst du, also es ist halt eigentlich eine geile Szene, weil es so oft echt Millimeter genaust, aber du siehst halt von wegen, da ist kein Mensch, da ist nichts mehr, da ist komplett gebastelt und das ist halt öfter, wenn halt irgendwelche Motorräder oder Autos oder sonst was durch irgendwelche Anlagen, alte Fabrikanlagen sonst was hopsen, fahren, irgendwas explodiert, da hast du dann immer so viel, dass du immer das Gefühl hast, ich kann es nicht genau sagen, aber das Auge sagt mir immer, da stimmt gerade nichts mehr, also es ist nichts mehr wirklich so. Aber sonst, man macht also, hab schon ein Schlimmeres, also was haben wir zusammen gesehen, es war ganz schlimm mit denen. King Arthur. Genau, der zum Beispiel, der ist ja richtig schlimm im Vergleich dazu. Das hab ich so gesehen, letzten Wochen, ja The Boys hatte ich halt gesehen, aber da haben wir uns schon privat drüber unterhalten, diese Amazon Prime Serie, The Boys. Haben wir? Ich hab's noch bei Lidl erwähnt, aber vielleicht hab ich's auch noch kurz mal angeschönet, es ist halt tatsächlich interessant, die Serie. Ah, Serie. Auch so acht oder neun Folgen auch. Superhelden gibt's wirklich, aber die sind halt die absoluten Arschlöcher und halt so eine, einfach nur so eine Drogen nehmende Super-Klicke an irgendwelchen, ja, menschlichen Monstern. Okay. Die halt ihre menschlichen Laster nur mit Superkräften ausleben. Also wirklich. Also, mit sich ein paar Mörder oder was dabei? Ja, also es gibt diese Superhelden-Vereinigung, The Seven, und die nehmen halt eine neue Heldin auf und die wird halt in dieses Superhelden-Quartier aufgenommen und ist dann halt da eingeführt von dem quasi dem Aquaman-Typen, so ein Typ namens The Deep. Und sie sagt halt so, ja, ne, das ist total, für sie ist halt total die Ehre, weil sie immer die Poster von den ganzen Helden im Büro hatte und als sie ein Kind war, hatte sie so einen Crush auf ihn und dann dreht sie sich halt um. Achso, die sind alle wirklich bekannt und hatten mal Serien oder was? Oder warum sind die bekannt? Nein, nein, die sind, weil sie halt Superhelden sind. Okay, also sie haben mal was Gutes gemacht oder was? Nee, auch immer noch. Die werden halt vermarktet von einer großen Firma. Ah, okay. Und als sie sich umdreht, hat er halt die Hose runtergelassen. Und das ist halt die ganze, die sind halt wirklich, und das ist noch eine der harmloseren Sachen, die die Superhelden sich da erlauben. Ist es britisch oder? Nee, es ist eine amerikanische Serie. Okay. Es basiert aber auf einem Comic. Carl Urban spielt mit, der ist relativ bekannt. Hat Eomer gespielt bei Herr der Ringe. Den Horse Lord, der auf den Pferden nach Helms Dieb reitet. Oder Judge Dredd in dem neueren Judge Dredd-Film. Dirk hat nur Hobbs & Shaw gesehen, alle anderen Filme sind gelöscht aus seinem Kopf. Ich hab die gesehen, aber ich hab mir diese Figuren, die, das waren so eine, wenn du jetzt sagst, das ist Legolas oder das war Frodo, dann hätte ich was. Wenn du ihn siehst, wirst du sagen, ah, der Typ. Ah, der Typ. The Boys, wirklich eine gute Serie. Ich hab dich letztens auf dem Foto oben ohne gesehen. Was war denn da los? Wann? Welches Foto? Irgendwie in deiner Story oder so? Ach, ja, da war ich mit Dortmund unterwegs. So eine Szene. Oh, ohne. Nee, so eine, für diese Schnitzeljagd, die sie gemacht hat, eine Szene drehen, wo sie als Ariel unter Wasser ist. Das haben wir halt in einem Pool mit der GoPro gefilmt. Und da war Minz. Nee, nein, das Minzel, das war, gestern war ich mit zwei Schauspielern Fotos machen. Und zwar in so einer fetten Dachgeschosswohnung in Schöneberg, die irgendeine Regisseurin gehört, die einer der Schauspieler kennt. Und da wohnt halt eine Katze namens Minzel. Ein sabberndes, kleines, süßes Monster. Und hast du nicht mitgebracht? Alter, finde, die war wirklich, die war so an. Ich komm halt rein und mach halt dieses Standarddenken, was ich bei Katzen machen soll, die Finger zusammenreiben. Weil die Katzen kommen ja dann halt oft neugierig an. Und haben so diesen ersten Kontakt. Oder wollen Geld. Ja. Und die war dann, du setzt dich hin und sofort sitzt sie entweder neben dir oder auf deinem Schoß. Und sabbert dich vor. Ja, dann fängt sie, du streichelst sie, dann fängt sie an zu schnurren. Und die hatte auch irgendwas an der Lippe. Also eine Seite der, weiß nicht, bei Katzen, wo die Wangen so über den Mund liegen. Läfzen, Joka. Läfzen, das ist Läfzen. Ja, womöglich, wahrscheinlich Läfzen. Ja, ich kenn's halt auch nicht. War, naja, eins von dem, das war so ein bisschen eingedellt. Deswegen glaube ich, hat sie es tatsächlich nicht kontrollieren können. Ach so. Und sabberte halt dann in der Natur. Ja. Und war die flauschig? Pfutziges Tier, ja. Aber halt so dieses ölige Wildfell von flauschig. Aber danach hast du dann schon so einen Film auf den Fingern gehabt, dass du dachtest, irgendwie. Also so eine Katze, wo du denkst, die ist imprägniert. Die hält auch mal einen Regenschauer aus. Geil. Da kannst du in den Regen gehen. Ja. Du kannst dir auf den Kopf setzen. Ja. Wenn du das Regen hast. Nee, die war, also wirklich auch so, dass sie teilweise bei den Fotos gestört hat, weil die, die war halt so aufmerksamkeitsheischend, also selbst für Katzenverhältnisse. Das war halt jedes Mal, wenn du dich kurz nicht mit ihr beschäftigt hast, dann war sie entweder bei mir, mit der Kamera oder bei den Schauspielern, die sich irgendwo hingesetzt und posiert haben. Nur damit sie halt möglichst menschlichen Kontakt hat. Ich hoffe, ihr habt mal ein Katzenfoto gemacht. Die ist auf ein paar Fotos drauf, ja. Und ansonsten, ich habe halt mit dem Handy, habe ich sie die ganze Zeit halt belästigt. Hey, 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 hey. Ich habe überhaupt keine Fotos. Keine Fotos. Ja. Putzig ist hier. Putzig. Ja. Ja, soll ich mal loslegen? Legen sie los. Wir sind schon fast 15 Minuten drin. Ja. Oh, ich sehe gerade eine Blockflöte. Was ist denn hier los, ey? So ein bisschen wie bei den Flodders. Ja, ich weiß. Ich weiß. Messi ist ja auch ein Hobby, was sich erst entwickelt kann. Ja. Ja, kann man ja einfach mal machen. Eigentlich so ein bisschen wie bei den Ludolfs. Du fängst dann halt an und hast dann halt so das Haufenprinzip hier. Du musst hier in die Gänge auf jeden Fall. Also bei Klaus ist es, sage ich mal, ein bisschen bunter als sollten es. Aber man kann, er hat noch direkt Gewege. Man sieht den Boden an einige Stellen. Ja, und man kann auch direkt zum Bad oder in die Küche. Also nicht direkt, aber so über Umwege. Ja, gut. Das ist auch, ne? Aber es ist doch so, dass man ohne Schuhe laufen kann. Wenn man sich halt von der Straße dann irgendwie, Quatsch, wenn man von drinnen sich die Füße abputzen muss, wenn man rausgeht. Das ist dann witzig. Die Fußmatte auch draußen, nicht drin. Ja, meine Frage ist kurz und knapp. Wie würde dein Garten aussehen? Mein Garten? Ja. Mein Garten. Ja. Oder vielleicht unser Garten. Da kann ich auch was sagen. Also teilen wir uns einen Garten. Das ist ein großer Garten, der in der Mitte so eine Trennlinie hat. Ja, aber dann ist er schon auf der Länge getrennt. Und nicht, dass man sagt, du kommst hier nicht rein, das ist mein Eingang. Du musst hinten über den Zaun klettern. Ich will aber nicht. Ah, ein Garten, Garten, Garten. Hast du dieses Video gesehen von dem Wildgarten zufällig? Dieses Video von dem Wildgarten. Ich bekomme das auf YouTube immer vorgeschlagen. Es war von MDR oder so. Okay. Wo jemand halt darüber redet, über einen Garten, in dem er halt gar nichts macht. Okay. Also den er halt einfach wild wachsen lässt. Und überwuchern. Ja. Naja, manche sagen ja immer von wegen Bienen und Co. Aber manche sagen, glaube ich ganz ehrlich, ich halte faul, ey. Ah, was ist denn los? Scheiße, ey, dieses Wetter. Hast du gerade von Vorhäuten geredet? Faul. Faule Vorhäute. Vorhäute. Lass die faulen Vorhäute faulen. Was ist denn in der Tüte da? Ach so, ich habe ja eine Frage gestellt. Meine Güte. Ein Brötchen ist in der Tüte. Jeder hat einen, oder? Weil sonst ist es schwierig. Ja, jeder hat einen, aber die liegen ja aneinander. So. Damit wir uns im ständigen Wettbewerb befinden. Oder wenn hier einer von deinen komischen Sträuchern oder Bäumen rüberhängt, dann werde ich den abhacken. Wie Schrebergartenregeln. Jeder ist ständig mit dem Lineal am Garten des Anderen. Oder wenn deine Bäume zu groß werden, ich habe dafür weniger Sonnenstunden oder so. Beziehungsweise bei uns wäre es wahrscheinlich Schattenstunden. Deine Bäume sind noch nicht groß genug, Klaus. Klaus. Ich klage. Wegen Sonnenbrand. Haben wir den Garten in unseren Breitengraden? Ja, ja, ja. Okay. Ich kann dir mal erzählen, weil ich öfter halt durch, wie heißt die Garteninlage? Bornholm EV2 oder sowas renne. In der Nähe. Und ist Pankow. Ja, ist Pankow. So eine große Schrebergartenkolonie. Und die haben halt ganz normale Parzellen. Und dann gibt es halt auch irgendwie solche Dinger, die genutzt werden für, ich glaube, Grundschulen oder sowas. Wo dann halt irgendwie so die hiesige Flora und Fauna erklärt wird. Und dann irgendwelche kleinen... Ginkgos, Avocado-Bäume. So, wird so Kleinprojekte da angelegt, dass die halt dann irgendwie Hochbeete haben und dann Gemüse und Obst am Pflanzen. So ein bisschen was kennenlernen. Ich nehme die obere Etage im Hochbeet. Ja, genau. Aber nach 15 Uhr nicht mehr lesen. Ja, und da gehen wir sehr oft spazieren. Und das finde ich eigentlich sehr interessant und geil. Und meist regt es mich auf, weil halt Zeiten, wenn halt die ganzen Bäume ganz viel Obst tragen, das dann halt immer schön weggammelt, weil sehr, sehr viele Leute da halt älter sind. Und dann nicht mehr Zeit und Lust und sonst was. Aber es ist dann echt so... Also jedes Mal da, wo ich mit dem Arm ran kann, da futter ich dann alles weg, was ich finden kann. Teilweise findest du, kriegst dann halt auch mal so Leute, die ganz freundlicherweise halt draußen immer so einen Korb und sowas ranknoten, dann immer alles reinschmeißen, was die halt nicht verwerten können. Und da habe ich dir jetzt irgendwie zu Hause so zweieinhalb Kilo Birnen, die halt einfach mal über sind. Oder letztens hatte ich so eine unterarmgroße Zucchini. Da wurde mir dann angeraten, wenn man, bevor man die verwertet... Vorsichtig einführen. Genau. Beziehungsweise vorher anlecken. Nee, das wirklich, weil da wohl, wenn man keine gekauften, sondern selber, die sich selber quasi immer wieder... Dass es so eine Bitter-Zucchini sein kann, die giftig ist. Genau, ja. Da gab es irgendwie diese... Hast du mindestens erzählt? Kann sein, ja. Die Geschichte da mit dem Typen in Brandenburg, der ältere Typ, wo die Frau sagt, nein, Vorsicht. Scheißegal, ist die auf. Und die war halt leider randvoll mit, weiß ich nicht, Säure oder was das ist. Und der hat die Nacht nicht überlebt. Ja. Aber man kriegt es relativ schnell, weil es wirklich dann bitter schmeckt. Und normalerweise hast du ja leicht so einen neutralen Geschmack und leicht so ein bisschen stumpf auf dem Zahn. Und dann kannst du die gut verwerten. Und ja, eigentlich total geil. Also, wenn du dann halt sowas hast. Deswegen habe ich gerade gedacht, wie wird das dann aussehen? Und die sehen halt schon unterschiedlich aus, aber schon Laube, Häuschen, sowas. Das ist schon alles ähnlich. Also, haben wir halt tatsächlich einen Garten mit so einer Laube? Naja, das ist halt die Sache, ne? Wenn du dir vorstellst, das ist wie bei SimCity. Achso, nee, das ist wie ein Schrebergarten. Also, so eine Parzelle. Und du kannst dir dann, sagen wir mal so, du bist jetzt nicht irgendwie so ein kompletten Regelwerk unterstellt. Wenn du willst, kannst du dir halt einfach ... Also, ich glaube, was ich tatsächlich ganz gerne da drauf hätte, weil ich das halt einfach, davon so fasziniert bin, wäre als Häuschen quasi so ein Frachtcontainer. Oh, ja. Also, ich bin ja von diesen Seekontainern, diesen umgebauten eh total fasziniert. Ja. Und die haben auch so eine Schrebergartengröße ungefähr. Vor allem, wenn man so ... Da gibt es ja verschiedene, ne? Ja, die sind relativ ähnlich alle, ja, aber die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Achso, ich dachte irgendwie die Länge und das ist alles ... Ja, also, es gibt halt mehrere Ausführungen, aber die sind halt nicht grundsätzlich unterschiedlich. Also, es gibt halt einmal quasi die in doppelter Länge und es gibt diese HTs, die High Tops, die sind halt 2,80 Meter hoch. Ja. Was halt schon ganz geil ist, weil da hast du halt quasi, oder fast so eine Altbaudeckenhöhe. Ja. Und selbst, wenn du das ein bisschen dämmst, von der Decke her ist das halt noch relativ human. Und wenn du da halt noch, was ich halt machen würde, irgendwie außen eine Leiter ran oder noch lustiger ein paar Klettergriffe, so. Dass du halt oben auch die Dachfläche begrünen kannst. Ja. Oh, das ist ja natürlich ... Und halt irgendwie so große Fenster. Und ich meine, das ist halt 2,80 Meter, da hast du auch noch eine gute Laubenhöhe, ohne dass du jemanden in die Sicht verstellst. Die rosten ja auch nicht so, ne? Ne. Also, wenn du halt einen kaufst, wo die Farbe noch unangegriffen ist, die sind natürlich, weil es Seekontainer sind. Ja. So eingefärbt, dass da eigentlich nichts rostet. Natürlich, dadurch, dass sie aneinanderstoßen, weil es halt Frachtcontainer sind, löst sich die Schutzfarbe und dann ist halt der Korrosion Tür und Tor geöffnet. Ja. Aber du kannst sie halt in verschiedenen Zuständen kaufen, wenn du halt einen neuwertigen kaufst. Aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel auf so einen versiegelten Erde raufklatsche, dann würde der nicht einfach nur durch die Erde irgendwann anfangen zu rosten. Ne. Ich würde ihn, ich glaube, trotzdem auf Beine stellen. Okay. Auf einen kleinen ... Ne, ich meine, wenn oben Erde draufklatscht. Ach so. Ach so. Für Wiese oder was? Ne. Ne, würde ich ... Also ich würde die Erde auch nicht direkt drauf machen, aber ... Ja, okay. Äh, ja. Ich glaube, das ... So ein Drainagesystem. Äh, nee, so ein ... Ja, ich ... Ja, irgendwie sowas. Oder es halt tatsächlich sogar vielleicht ein bisschen anschrägen noch mit der Metallplatte, dass das Wasser ablaufen kann, wenn es stark regnet. Okay. Dass es sich nicht oben vollsaugt und die Decke so belastet ist. Genau, aber insgesamt halt das Ding auf Füßen, dass du halt einfach so zwei, drei Treppenstufen hast und dann halt da easy reinkommst und hast halt so ein Mini-Badezimmer da drin. Ja, also das wäre so meine Grundhaus-Konstellation. Ja, das klingt ganz gut. Das drauf. Du hättest wahrscheinlich ein Tiny Home als Garten. Ne, im Endeffekt ist das ja das Leitende. Ja, genau, aber ... Ich habe da also ... Ja, ich meine, ich habe halt gedacht halt irgendwas zu basteln, und so, aber wenn natürlich, wenn da so eine fällige Containerform macht ... Und die kannst du ja auch immer noch umbauen. Also ich meine, das machst du ja dann sowieso, dass du die innen irgendwie verkleidest, wie du willst, die Türen raussägst. Also natürlich ist dann so ein bisschen romantisierend dann so ein Peter-Lustig-Bauwagen, so mit so einer Treppe, beziehungsweise Stuhltreppe dann halt nach oben, wo man dann halt oben definitiv auch sitzen kann. Vielleicht sogar Hälfte, Hälfte, dass man sagt, von der Hälfte ist da halt Wiese, Hälfte kann ich da halt ... Oh, so eine Dachterrasse, ja. Weil ich mir vorstelle, wenn ich da regelmäßig bin mit Stuhl und sonst was, würde halt so eine Wiese auf dem Dach vielleicht nicht das aushalten. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein Kräutergarten, den ich mir da irgendwie vorstelle, dass du halt als Begrenzung quasi ein paar Hochbeete hast, und dann hast du halt einfach die ganzen Kräuter da oben auf dem Dach. Dass du halt so eine Frühstücksecke da hast, wo du einfach dir die Minze und das Basilikum frisch abschneiden kannst. Ja, nee, ich hab halt überlegt, auf jeden Fall so ein ... Wenn man jetzt davon ausgeht, so alles ist erst mal Wiese. So, und dann kannst du halt auch die Bäume hinklatschen, wie du willst und alles. Dass ich halt ein Stück, vielleicht sogar aus Faulheit, ein Drittel der Wiese lassen würde. Also richtig wild lassen würde. Ich weiß gar nicht, ob da großartig viel passiert. Und dafür ein Putting Green. Genau. Und dann würde ich, weil es halt einfach ist ein Garten. Das heißt, ich glaube, das Grüne oder so, ist jetzt nicht, dass ich da großartig rumrennen wollen würde, aber vielleicht schon so ein bisschen Nutzzeug. Das ist dann geil, wenn ja so zwei, drei Obstbäume vielleicht dann halt auch ein bisschen ... Ich verstehe immer noch nicht, was der Vorteil vom Hochbeet ist, außer dass man sich nicht mehr bücken muss. Dass du keinen Bodenfrost hast. Echt? Der geht da nicht rein oder was? Nee, wenn der Boden friert, weil die Erde isoliert ist unten. Das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile davon. Aber dieser Klotz kann doch trotzdem auch frieren. Oder brauchst du dann halt quasi mehr Minustemperaturen, bis das Ding friert? Ich glaube so irgendwie ist das. Also es hält schneller, länger den Frost ab? Ja, ja. Also ich glaube, das ist halt einer der großen Vorteile. Okay. Und dass du halt keine Schädlinge aus dem Boden bekommst. Also Maulwürfel können sich halt von unten nicht reingraben. Ah, okay. Du bist halt also, oder Firma oder was auch immer du bist. Aber ich meine sowas wie Schnecken oder so, die kommen nur da hoch. Also die glitschen dann noch da hoch und dann denken, da ist der Salat. Ja, möglich. Aber ich glaube, das dauert auch länger und aufwendiger für die. Okay. Also ich meine, du schützt halt einfach dein Zeug. Ich dachte immer, es wäre so ein Ding, was halt irgendwie so angenehmer ist, dass man sagt, okay, hier muss ich jetzt nicht. Das ist glaube ich nur so der letzte Vorteil davon. Aber es ist wohl auch für den Anbauer von kleinen Mengen einfach besser praktisch. Was so überlegt wäre, also vielleicht ist auch alles ein bisschen viel, weil ich ja gar nicht weiß, wenn ich jetzt eine ganz normale Gartenparzelle nehme und jetzt nicht sage, wir haben jetzt endlos viel Platz. Aber dass man sagt, so eine kleine Ecke, wo man vielleicht so eine Klimmzugstange hat. Das wollte ich auch gerade als nächstes sagen, ja. So eine Klimmzugstange, oder halt also wenn du den Platz hast, so Monkey Bars mit ein bisschen mehr. Ja, ich meine, man könnte halt auch so zwei Klimmzugstangen, die relativ hoch sind, aber da kommt man dann bestimmt auch so ran, dass man das so als Barren nutzen kann und dass man so Dips auch machen kann und verschiedene Sachen. Ja, das ist vielleicht, dass man sich da auch da sportlich betätigen könnte. Wenn du schon mal im Garten bist, ne? Nee, hätte ich aber auch gesagt. Ich glaube, wenn du so ein Häuschen hättest, wo du halt auch drinne, einfach duschen könntest und vielleicht so eine kleine Feuerstelle hast irgendwie, dann wäre es ja halt schon, also ich könnte mir vorstellen, dass viele halt, die sowas haben oder Ähnliches haben, dass sie halt dann schon die Sommermonate im Garten verbringen. Also wenn die jetzt nicht großartig was vorhaben. Ja, also viele. Das ist tatsächlich auch ein reales Problem, weil du da nicht wohnen darfst in den Schrebergartenanlagen. Aber viele Leute das halt einfach machen im Sommer. Ja, also da gibt es ein paar Häuser, da weiß ich echt nicht, ob das nicht wirklich ganz normal zum Wohnen, also da gibt es ja so ein relativ großes Häuschen, wo da neben so eine kleine Holzgarage sogar ist und die halt dann irgendwie mit Briefkasten und hast nicht gesehen. Und da habe ich halt gedacht, also da ist es nicht. Also ich glaube, es ist halt eigentlich verboten in Deutschland. Ja, aber ich. Aber ja klar, ich meine, es ist halt wie, wir haben dort in diesem Bericht mal gesehen, irgendwie wo es um so einen Wohnwagenplatz geht, wo Leute ihren Wohnwagen unterkellert haben. Ja, ja genau. ja. Ne, ich meine, also das ist ja halt das, also wenn du dich um Tiny Häuser kümmerst, dann merkst du halt, dass die Kommunen noch alle ihre eigenen Gesetze haben. Das ist halt nicht einheitlich. Und dann entscheidet oftmals die Nachbarschaft darüber, ob sowas erlaubt ist oder nicht. Ja, ich meine, zum Beispiel in Bremen gab es halt irgendwie noch aus den 60ern sowas wegen so viel Gastarbeitergeschichten, wo sich ein bisschen das kontrollieren wollte, dass du da halt nicht im Wohnwagen irgendwie länger als, ich weiß nicht, drei Tage pennen darfst, was wiederum in Niedersachsen egal ist oder so. Ja. Also solche unsinnigen Gesetze aus irgendeiner Zeit. Was habe ich denn, ich habe neulich auch was geschrieben über, wo es halt um Wildcampen und Wildlagern und so geht in Deutschland. Also du darfst ja auch nicht überall zelten und solche Geschichten. Aber darf man generell denn wild zelten oder? Also eigentlich nicht. Zelten und in Wohnmobilen schlafen ist überall in Deutschland verboten, wo es nicht explizit erlaubt ist. Also wenn halt nicht irgendwo Schilder sind, hier schlafen. Ja, wenn es kein ausgewiesener Platz ist. Ja, aber schön. Da könntest du ja halt hier in Berlin jeden zweiten Campingwagen, der irgendwo… Ja, genau. Also da kannst du ja… Ja, ist explizit verboten. Lagern hingegen ist halt, wenn du ohne großen Aufwand was schnell Abreißbares, also definitiv auch ohne Wohnwagen, aber nur mit Zelt, mit Plane oder so vor den Witterungen dich schützt oder um eine Ruhepause zu machen. Das hingegen ist überall dort erlaubt, wo es nicht explizit verboten ist. Ja, dann ist ja wieder Definitionssache, ne? Genau. Das ist halt eine… Wenn du acht Stunden schläfst, dann rufst du dich auch aus. Der ist auf dem Parkplatz. Das ist also… Im Wohnwagen gilt halt nur auf dem Parkplatz. Alle anderen Sachen mit Zelt ohne Aufwand kannst du dich halt theoretisch raus argumentieren. Also du kannst eigentlich überall Zelten? Wenn du halt keine große Anlage aufschlägst und halt so Sachen, also halt so dummen Scheiß lässt, wie alles vollmüllen, Lärmbelästigung und Feuer machen. Ja. Das sind halt die drei No-Gos. Also dann kannst du dich halt auch bei keinem Polizisten oder Forstbeamten mehr rausreden. Und im Wald darfst du es halt nicht machen. Also du darfst immer nur bis zur Baumkante. Bis zur Baumkante vom Weg her, oder was meinst du? Äh, vom Forst. Achso, wo die Linie beginnt? Ja, genau. Okay. Also halt dann ein paar Meter rein. Aber so ein bisschen… Da gibt es wahrscheinlich auch eine Definition davon. Erinnert das an den Highland-Code? Also wo man ja eigentlich überall noch campen darf, beziehungsweise jetzt hat sich auch schon ein bisschen… Ja, Jagd, eine Motte. Ein bisschen verändert. Also als ich das erste Mal ja in Highland, West Highland Way versucht habe, da war ich ja am Loch Lomond und da durfte man halt überall noch zelten. Mittlerweile ist das halt verboten, weil sie gesagt haben, das Prinzip Highland-Code, wenn das eingehalten worden wäre, dann wäre alles cool. Ja, genau. Aber halt, die hatten so oft Feuer und Müll und die Scheiße. So, und du denkst, alter, echt. Und wie gesagt, das ist… Also die Artikel, die ich gelesen habe, da hieß es auch, seid freundlich, zeigt den Polizisten und den Forstbeamten unaufgefordert euren Ausweis. Ja. Seid ehrlich, wenn ihr keinen Müll hinterlasst und kein Feuer macht und so, ist das meistens cool oder ihr geht halt nach ein paar Minuten. Und das hat keine Konsequenzen, aber… Zumal ja dann halt auch registriert wird, ob du jetzt halt einfach nur jemand bist, dem es scheißegal ist. Oder ob du bewusst halt auch die Natur suchst, dann bist du ja meist auch ein bisschen… Verantwortungsbewusst. Genau, das sagst du von wegen… Weiß ich nicht. Ja, aber ich meine, wie gesagt, das sind halt immer ein paar Leute, die es nicht machen. Und dann leidet der Rest darunter. Genau. Aber ist das… Okay, also das… Man darf, glaube ich, bis zu zwei Wochen an einem Platz sein oder… Ohne Anmeldung, ja, das geht sicherlich auch. Also ich meine, das alles ist auch nur zu touristischen Gründen. Ja, fest. In der ganzen Wildkeitsregelung und so. Ja, in unserem Garten wäre es dann schwer wahrscheinlich. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir trotzdem noch eine Bleibe haben und nur mal hingehen, um über Nacht da zu schlafen. Ja, die Sache ist halt aber auch, wer weist denn das nach, dass du da wohnst? Und wenn du, ich glaube, wenn du in so einer reudigen Schrebergartenkolonie bist, ja, aber meinst du nicht… Wenn so ein Stasi-Überwachungsapparat herrscht, dann… Ja, da habe ich auch gedacht. Ich meine, wenn die cool miteinander sind und das nicht gut finden, dann kommen sie doch zuerst zu dir anstatt zur Polizei oder so. Da würde ich mir bei einigen Kolonien… Ja, ja, klar, aber ich meine halt, wenn sie… Aber gehen wir mal davon aus, dass das bei uns kein Problem ist. Also wir richten uns so da ein, dass wir theoretisch auch ein paar Monate da schlafen können. So. Na, weil ich schon gedacht habe, wenn man sowas hätte, dann würde ich halt meinen Erstwohnsitz, keine Ahnung, bei dir oder sowas anmelden. Und mittlerweile ist es ja total ein bisschen schwieriger. Mittlerweile reicht es ja nicht, dass du quasi… Ja, genau, du brauchst einen Mietvertrag. Ja, oder… Oder ein Erlaubnis. Ja, genau. Also müsste halt dein Vermieter sagen, ja, okay, der wohnt hier, dass ich mich ummelden kann. Ja, das kann bei meiner Hausverwaltung drei bis acht Jahre dauern. Ja, aber wie gesagt, also gehen wir mal diesen ganzen bürokratischen Quatsch mal ausgeklammert. Aber ich glaube, was ich tatsächlich, also halt dann so mit diesem Baucontainer oder mit diesem Schiffscontainer, wenn er jetzt tatsächlich auch so in diesem klassischen Blau gehalten ist. Und ich glaube dann, wenn halt draußen auch viel einfach aus hellem Holz wäre, den Look stelle ich mir ganz gut vor im Zusammenspiel. Das ist so innen halt auch, das ist alles so schön mit, also innen natürlich dann mit Eichelparkett oder so ausgelegt, dass du da wirklich so diesen rohen Holzlook hast. Und dann draußen auch so ein paar hellere Holzmöbel, die halt gut behandelt sind, dass sie den Witterungen standhalten. Und so, dass du, was weiß ich nicht, so ein Deck hast aus Holz. Also so eine Terrasse. Ja. Holzterrasse, ja. So was. Und so ein Weg, was ich auch mal neulich gelesen habe. Da ging es halt um japanische und so asiatische Gärten. Und dann, wenn du halt so einen kleinen Teich hast, der mit Steinen abgegrenzt ist, da drauf, also entweder das oder halt so den Weg mit Steinen ausgelegt. Und ein bisschen so einen Steingarten angehört. Ja. Ich meine, obwohl so ein richtiger Steingarten, der dann halt auch so gehakt ist, wo das halt echt das Auge so sich ein bisschen entspannen kann dabei. Das ist natürlich auch geil, wenn du sagst, ich habe hier, weiß nicht, einen fetten Stein in der Mitte und daneben noch so zwei Findlinge und dann zweimal Kreise, dreimal Linien und dann stehst du einfach nur vor. Und das ist es. Ja. Aber das ist bestimmt auch, dass du irgendwann denkst, oh, Alter, ist das entspannend. Was ich aber auch geil finde, es gibt dann halt auch Gärten, die halt total märchenhaft sind. Also die, wo du davor stehst, du kannst nicht reingucken, weil so viel, weil da jetzt nicht nur einfach eine Hecke vor ist, sondern weil so viel Gestrüpp oder sowas ist, dann siehst du halt, dass die halt, weiß nicht, mit Brombeerbüschen oder sowas, dass die dann halt so Bogen geschlossen haben, dass der Weg nicht gerade ist, sondern rechts, links, schlängelt sich so durch. Und das finde ich halt auch geil, dass du quasi dann im Garten immer wieder so eine kleine Oasen hast. Also, dass du halt dann hinter dem Baum an so einer Hecke vorbei hast, dann so eine kleine Ecke, wo, weiß nicht, eine Hängematte hängt oder sowas. Ja, also ich glaube, wir beide würden den Garten auch so ein bisschen auswildern lassen. Ja, einfach nur der Faulheit wehen, glaube ich. Ja, also das ist zum einen, aber zum anderen ist es halt auch einfach geiler, wenn Efeu oder wilder Wein sich irgendwo hochranken. Und du halt wirklich diese, also einfach so ein bisschen dieses Gefühl von The Last of Us hast, wo die Natur halt so durch alles durchbricht und sich das halt langsam wieder zurücknimmt und du halt nicht so, und dann halt siehst du halt so einen Stein, so da wächst das Moos hoch und denkst, ja, schön. Ja. Schön, Ruhe, Natur. Ja, manchmal, also wirklich dann auch so inszeniert, dass man vielleicht sowas nimmt, dass man sich halt irgendwie so ein altes Fahrrad sucht und dann ganz fest sagt, hier ist hier eine Position, wo ich das stehen lasse und darunter lasse ich dann halt irgendwie fünf wilde Wein pflanzen, sowas, dass sie sich das Fahrrad holen. Ja, genau, die können ihr Ding machen, ja. Das sieht bestimmt auch ganz geil aus. Ja. Ich meine, mittlerweile gibt es auch immer mehr solche Aktionen, dass sie halt irgendwie so alte Militärschiffe oder sowas vor irgendwelchen Küsten versenken. Um die Korallenriffe. Genau, wo die Korallenriffe schon so fertig sind und sagen, ey, das holen die sich binnen kürzester Zeit zurück und das wird dann voll die Oase und das dann halt einfach am Land, am Land dann machen, ja. Was halt da tatsächlich auch schön ist, also jetzt mein letztes bisschen Know-how aus meinem asiatischen Gartenrecherchetag, so ein asiatischer oder ein japanischer Kirschblütenbaum, die tragen halt keine Kirschen, aber die blühen halt einfach so sattrosa im Sommer oder im Frühling. Die haben halt so eine feste Woche, das halt auch. Also dass du einfach so einen ganz malerisch und leuchtend blühenden Baum da hast. Da gibt es halt auch direkt nebenan, ist halt irgendwie ein Bahndamm und sowas und dann gibt es halt so eine Allee, die ist voll mit den Bäumen. Ja, ich kenne die, mir fällt die Straße halt auch gerade nicht ein. Es gibt auch in Marzahn diesen, im Garten der Welt, glaube ich, oder in den Gärten der Welt gibt es auch so einen asiatischen Teil. Das ist halt nur ein bisschen anstrengend. Dieses Jahr ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden. Da stehen dann so viele und machen Selfies und das ist halt so gruselig. Also das ist so krass, wie dann echt so eine Selfie- und Selfie-Stick-Armee dann steht und wenn die Dinger blühen, dann halt alle. Da ist auch Fahrradfahren und sonst was und da ist dann richtig, ja, alle rumschreien und sonst was, aber die müssen ja unbedingt halt, ja. Ich habe schon überlegt, wenn du so richtig festen Baum hast, dann könntest du ja auch irgendwie ein schönes, geiles Baumhaus irgendwie reinknoten lassen. Ja. Aber da musst du halt natürlich schon entweder die Geduld haben, dass der Baum ordentlich gewachsen ist oder du holst dir schon einen fertigen. Ja, also jetzt mal, ja, so fantasiemäßig, dass man einfach sagt, man hat da halt so einen richtig fetten, starken Baum, was auch immer. Ja. Und wenn das noch so ein bisschen verbunden ist mit dem Haupthaus, dass du über so eine Hängebrücke da hinkannst. Oh, geil. Vom Dach aus. Das wäre schon ganz geil. Ja. Und dann mit so einem Tartan-Seil runterschwingen und immer schön gegen den Container kleiden. Ah! Wie George, der aus dem Dschungel kam. Genau. Ja, das hatten da früher, wir hatten so einen alten Pflaumenbaum und Aaron hat da natürlich irgendwie so ein Seil rumgeknotet und wollte dann vom Baum springen, beziehungsweise isser. Und dann hat er den Schwung halt, also war das so schnell vom Schwung, dass ich mich nicht traut habe abzuspringen und dann einmal rings rumgedreht und dann schön gegen nicht den Baum, sondern gegen die Leiter. So pfff. Und dann immer so vollhaft so in die Magenkuhl, dass ich irgendwie lag und immer äh, 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 äh. Ja. Uncool. Aber man konnte vom Baum direkt auf, äh, aufs Dach klettern von, äh, von einer Garage. Das war ganz geil. Hm. Okay. Ja. Ja, hättest du, ähm, manche haben das auch, ich weiß nicht, wie du das kontrollierst, hättest du so, so Kleinvieh. Manche haben da halt irgendwie so, so Knickel oder irgendeinen Quatsch oder so Taubenzucht oder manche haben halt Bienen, also das haben schon mehrere, das habe ich gesehen und dann verkaufen die auch so. Ich glaube, Bienen wären mir aber auch zu stark. Oh, was ist denn jetzt los? Eine Sekunde. Ich höre, aber das Geile ist, ich höre mich auch nicht. Jetzt, ah. Wie, wenn du draußen bist, dann höre ich mich nicht. Nein, du bist draußen. Dein Kopfhörer steckt in meinem Kopfhörer. Ach so. Ähm, also Bienen wären mir aber auch zu stressig. Also ich hätte einfach keine Lust, mit einem Bienen-Schwarm mir den Garten zu teilen. Ja. Aber günstig, also im Vergleich. Jetzt, so lange das habe ich gestern gelesen. Da kostet das Glas, normales Glas 5,60. Mhm. Zu Bio-Bienen-Honig. Ich weiß jetzt nicht. Aber würdest du gerne Klimmzüge machen, während der Bienenschwarm gerade raus? Das ist die Frage, wie groß die Parzelle da ist. Ich bin ja total pro Bienen und wilde Bienen und alles, was Bienen fördert. Aber wie gesagt, also in einem kleinen Garten, wenn der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die ist ja mal zweimal so groß ist wie das Wohnzimmer hier. Ja. Dann wären wir das ein bisschen. Ich habe schon überlegt, ob das überhaupt so geil ist, wenn das in so einer Parzelle wäre oder ob so ein, also natürlich wäre natürlich ein freistehender Garten irgendwie alleine tausendmal geiler. Ja. Weil ich dann auch gedacht habe, die anderen Menschen sind ja auch nicht nur still da, sondern was du halt auch mitkriegst, wenn der halt natürlich im Sommer sich anbietet, jeder will dann seinen Geburtstag in einer Gartenkolonie feiern. Jetzt Helene Fischer. Genau. Also und dann hast du halt dann auch nichts, was den Schall so dämmt. Und dann hast du dann halt einfach, das kann dann halt auch einfach mal so 500 Meter weiter weg sein. Du hörst halt die Scheiße so. Und bis dann halt auch nur einen Abend, aber trotzdem sowas. Ja, klar. Da habe ich auch gedacht, ja, finde ich das dann so geil. Also ich glaube generell bei den ganzen normalen Offizieren, da finde ich diese ganzen Auflagen so schwierig. Ja, und gesagt dann, also ich meine, wenn du halt wirklich dann Leute hast, die mit dem Lineal, und das ist ja keine Übertreibung, das gibt es ja in solchen Kolonien, nachmessen, ob dein Rasen akkurat getrimmt ist. Ja. Ja, also. Vielleicht dachte ich höre gerade was. Ich auch, es klang so, als ob die Power Rangers sich im Treppenhaus nebenan vereinen. Was wollte ich denn gerade sagen? Ja, ich habe mich da mal eingelesen und zwar hieß es, dass die, also generell haben die gerade so ein bisschen Panik, weil die, also dieser Verein hat diese Pacht für dieses ganze Gelände fest noch bis nächstes Jahr. Und sie sind halt, also es sieht wohl ganz gut aus, aber sie haben es halt nur nicht schriftlich, weil das natürlich auch sehr begehrtes Bauland ist. Ich finde solche Kolonie in der Stadt halt bei der derzeitigen Lage auch recht schwierig. Also sie bieten halt sehr, sehr viel Grün, Erholungsbereich, so und Zeug. Also wenn du halt, also du hast halt da auch nichts anderes Greifbares, um halt irgendwie, du hast ja auch keine schönen Parks da oder so. Ja, das ist halt die Frage, also es ist halt einfach extrem viel Bauland, wo halt tausende Leute wohnen könnten. Ja. Was halt von, und teilweise halt auch irgendwie gar nicht genutzten Kolonien, also ich meine, bei der in der Bordelein weiß ich es nicht, aber in Berlin, Neukölln und in Tempelhof gibt es halt so total verwahrloste Schrebergartenkolonien. Echt? Weil ich so denke, ja. Also die ist halt, die ist halt richtig krass und das ist halt auch, dass du, wenn du da hin willst, dann musst du halt irgendwo auf eine Warteliste. Ja. Und die, die geht so zwischen zwei und fünf Jahre, so und jetzt nehmen die auch gar keine Bewerber mehr an, also die haben halt irgendwie so eine Liste von 70 Leuten oder so und weil die halt nicht wissen, was nächstes Jahr ist, können sie es halt nicht annehmen. Das krass ist dann auch, wenn du so weit bist, dann kommt dann halt ein unabhängiger Gutachter und nimmt halt die alte Parzelle auf und begutachtet und bewertet alles, jeden Baum und halt natürlich auch die gebaute oder schon übernommene oder ausgebaute Laube oder Häuschen oder sonst was. Und du musst dann den Wert zahlen, den der Typ sagt, so als Abschlag. Und das ist in der Regel zwischen zwei und 15.000 Euro. Oh Gott. Ja. Und dann habe ich gedacht, ey, da hast du da irgendwie so einen alten, hässlichen, kleinen Backsteinbau oder sowas und hast dann halt irgendwie ungünstig gelegte Bäume. So schön, zwei Meter dreißig Deckenhöhe. Ja. Und hast dann halt irgendwie so ganz dichte, das ist so ein Lorbeerbusch einmal ringsrum oder so, oder so einen alten Jägerzoll oder so eine Scheiße. Schönen Buchsbaum. Ja, genau, da gibt es auch schöne Dinger. Und dann musst du die Scheiße übernehmen, bezahlen und dann kannst du abreißen, aber trotzdem, also. Da waren 15.000, ey. Ja, ich meine, da sind teilweise echt krasse Dinger. Sie sehen dann halt schon von außen jedenfalls aus wie Tiny Häuser, wo du denkst, okay. DJ Kitty hat gerade einen Garten, falls du dich noch an Kitty erinnerst, die früher immer sonntags eine Lampe aufgelegt hat. Ach, mit dem lustigen, komischen Freund? Hat die nicht so einen komischen Freund gehabt? Hat er sie? Die sah so ein bisschen nerdig aus, ne? Nö, boah. Nee? Ja, ein bisschen. Nein, die ist halt gerade, die hat gerade einen Instagram-Kanal, wo sie immer Updates aus ihrem Garten postet, wie sie Tomaten züchtet oder aus Paletten Möbel baut und so. Johnny haben auch einen Garten. Echt? Okay. Naja, es bietet sich halt an. Ich denke mal, dann halt auch irgendwie mit Geklüngel über die Eltern. Ja, genau, auch hier oder draußen in Henningsdorf? Weiß ich nicht. Na gut, aber ich meine, wie auch immer, ja. Ja, ich glaube, Klitsch hat auch einen Garten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, es ist ja auch irgendwie ein bisschen. Hättest du denn wirklich so einen Gemüsegarten auch drin? Das finde ich schon geil. Also ich sehe halt auch irgendwie, was da alles wächst und also sowas wie Kohlrabi und Gurken und. Ingwer, du kannst auch Ingwer zum Wachsenen sagen. Ja, das stimmt. Kann man auch. Aber ich meine, viel geiler finde ich, glaube ich, Früchte. Die finde ich jetzt ganz geil, aber ja. Ach so, Jörg, so ein paar Erdbeeren, Sträucher und sowas. Ja, schon ganz cool. Also da ist halt auch echt so viel. Und wenn du halt erstmal diese Obstbäume hast, dann wirst du ja nicht platt machen. Und das ist echt, ja, da ist echt so viel Scheiße, also so viel Zeugs dran, das hätte ich schon, hätte ich bestimmt schon. Also was ich glaube ich nicht hätte, wie halt irgendwie sowas, was sehr schnell verblüht und wo du halt sehr schnell immer wieder dran rumschnippeln musst oder keine Ahnung, halt irgendwelche schönen Blümchensträucher oder sowas. Ja, heiltes Blumen finde ich ja auch eh so einfach. Also, ja. Aber, also ich finde es halt einfach nicht so schön wie irgendwie ein sattes Grün. Ja. Geil finde ich, so wilder Lavendel. Da ist auch ganz viel Lavendel und dann wirst du fast blind. Also es ist halt so ein krasser Duft, ey. Ich kann einfach mal schön den muffigen Schlüpper durchziehen und dann. Weil ich habe gedacht, wenn du halt dann irgendwie da deine Wäsche zum Beispiel aufhängst oder so, das ist halt dann echt. Schön alles nach Pipi. So. Ja, manchmal riechst du auch ein paar Pipi-Ecken sind da auch. Weil das sind ja sehr, sehr viel ältere Leute. Ja. Oh, geile Geschichte habe ich heute Morgen erlebt. Im Supermarkt in der Nähe. Ich gehe da rein und dann ist ja meist ein Drehkreuz und diese, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Pimmel, die so runterhängen, damit du deinen Wagen so durchschieben kannst. Wie nennen wir die? Die Wagenpimmel. Die Wagenpimmel. Ich finde es schon nicht schlecht. Ja, gut. Und dann steht da, also Eingang bei Norma ist das, der Eingang ist sehr, sehr, sehr klein. Also hinter der Schiebetür ist halt sofort das Drehkreuz beziehungsweise die Wagenpimmeldurchgänge oder Eindurchgang und dann steht dann quer so ein, wie nennt man denn diese Seniorenfahrzeuge? Ah, ja, diese Rollis. Genau, also aber vorne mit Längstange und hinten noch mit Gepäckträger dran und sowas. Das Ding steht total quer, aber verkeilt in diesen, in den Wagenpimmeldurchgang. Und dann sehe ich halt so einen Opa halt dann irgendwie so wegschlurfen, der dann halt auch nach diesem Urin riecht und geht dann so Richtung Kasse und meint, komm nicht durch. Und sie, ja, ich komm gleich. Mit dem Wagen, ich komm nicht durch. Sie, ja, ich komme gleich. Und sie dachte vom Ding mit dem Einkaufswagen. Und ich hole mir da gerade Brötchen und sie, was haben sie denn gemacht? Und das sieht halt richtig aus wie so ein Crash, als hat er mit Höchstgeschwindigkeit wahrscheinlich dann so 15 kmh, dass er sich voll reingekeilt hat. Und ja, da komme ich nicht durch. Ja, aber dieser Laden ist auch nicht dafür gedacht. Also 15 kmh finde ich auch schon ordentlich an Höchstgeschwindigkeit. Ja, oder weiß nicht, 7,5. Ich weiß nicht, was die fahren. Das könnten wir als Sharing-Modell per App anbieten. Wie so Seniorenwagen. Oh, geil, ey. Aber das Geile ist echt, also der Laden war halt auch nicht dafür ausgelegt. Und ich habe auch überlegt, welcher Laden ist denn dafür ausgelegt? Du kannst doch nicht bei Lidl rein mit so einem Wagen oder so. Also ich dachte, die meisten sind mit Drehkreuz und Hängepimmeln. Ich glaube, da musst du halt irgendwie an der Kasse Bescheid sagen. Dann heben die das mal kurz an und lassen dich so durch. Ja, vielleicht. Oder du fährst halt kurz, wenn die keine lange Schlange ist, an der Kasse rein. Na, die Sache ist, der Eingang ist halt direkt, also die Öffnung für die Schiebetüren ist direkt zu diesen Pimmeln und Drehkreuz. Und zur Kasse kommst du halt nicht, weil da sind die Türen, öffnen sich nur von innen. So. Und der verkeilte da und war direkt an der Tür und die Tür ging auch nicht mehr, also die wollte ja gar nicht mehr richtig zugehen, weil da halt ja schon irgendwie, keine Ahnung, sein Gepäckträger dran hing. Hartes Einzelschicksal. Aber die Frau war halt total rot, weil sie dachte, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich müsste jetzt die Tür irgendwie aushagen, blockieren, dass wir den da irgendwie rückwärts zurück. Und er stand die ganze Zeit nur leicht verwirrt wahrscheinlich auf, ja, ich komme jetzt hier nicht rein und raus. Aber so geil. Also eigentlich dieses Bild, ich habe auch gedacht, was machst du denn da? Und du bist alleine im Laden gewesen so. Und dann ist auch, ich mache jetzt Feierabend, gehe zum Jazz, keine Ahnung, lasse jetzt einfach alles liegen. Das klingt so ein bisschen nach uns als Senioren beim Einkaufen. Aber dann halt auch mit Wut. Ja. Ne, das so nicht. Ihr habt gerade einen mächtigen Kunden verloren. Und den Wagen bringen sie mir. So, so. Wo waren wir denn? Ja, Obst und Gemüse. Also Obst hättest du, ich überlege halt auch gerne. Ich finde halt Gemüse, finde ich halt auch theoretisch praktisch. Aber du kannst ja in deinem heimischen Garten einfach nicht genug anpflanzen, um dich wirklich selbst zu versorgen. Wie meinst du das? Na, an Salaten. An Gemüse. Na ja, wenn du abwechslungsreich futtern willst, dann weniger. Aber für die Länge. Also ich meine, wie viele Leute, wie viele Leute halt immer einkommen. Die Sache ist, wenn halt geerntet wird, wenn halt die Früchte oder Gemüse halt trägt, dann hast du das Problem, weil dann ist alles auf dem Mahl da. Ja. Dann musst du halt einmachen oder musst du einfrieren oder sowas. Überleg mal hier so ein Hochbeet so groß wie der Tisch. Ja. Wie viele Salatköpfe kriegst du denn da hin? Ja, ich esse ja keinen Salatkopf. Aber ich meine, steh mal vor, du könntest auf diesem Tischding nur Gurken züchten. Ja. Dann hast du irgendwie 20 Gurken oder so. Ja, das reicht für 20 Tage. Ja, aber du frisst ja nicht 20 Tage Gurken. Oder Kirschen. Da hast du zwei, drei Bäume, dann haben die drei Badewannen voll Kirschen. Das schaffst du ja gar nicht allein vom Darm her. Ich trinke das mit ordentlich viel Mineralwasser. Und starken Kaffee. Was ich an Kirschen die letzten Wochen gegessen habe. Das ist gar nicht gut. Das ist halt die Sache, ey. Nee, also ich glaube, tatsächlich so ein Gewürzgarten, das wäre so eher mein Ding. Gewürzgarten. Aber Bäume, da musst du ja nichts machen, die sind doch einfach nur da. Nee, Bäume ja auch. Also aber allein die Äpfel, du könntest aber die ganze Scheiße nicht fressen. So zwei, drei Bäume. Aber vielleicht tatsächlich auch an der Hausfassade, dass du halt so wie einen Hochgarten hast. Du kannst ja auch so vertikale Gärten anlegen. Irgendjemand hat gerade mit einem Presslufthammer, wir machen eine Wand durch. Ich glaube, das ist handbetrieben. Ja. Würdest du so einen Pool haben? Ganz viele Dinger haben so einen aufblasbaren, das ist ja auch krass. Was zu meiner Zeit aufblasbare Pool war. Ist das auch ein aufblasbare? Nee, aber das war halt auch so ein typischer Kleingartenpool. Auch mit den starren Wänden und so einem Metallgerüst. Ja, nicht geil. Aber ich finde es schon krass, was mittlerweile geht. Also früher war halt einfach diese zwei, maximal drei Ringe Pustepule, die ich kenne. Wie bei Albandi, dieses Ding unter Haifischer Zähne, als er da im Wasser liegt. Und dann Mackie Messer singt. Und da ging es halt bei uns schön mal bis Mitte Schienenbein, beziehungsweise wenn es richtig geil war, bis Kniehöhe. Und das war halt der Pool im Garten. Also ich stand da bis zur Brust drin in diesem Garten. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt kannst du halt star aufbaubare oder halt dann mit Pustedingern. Dinger, die halt richtig krass Wasser erhalten können. Also alle das finde ich halt krass. Aber es ist halt räudig. Ja, also das, was man nicht vergessen darf, ist es nur zum Abkühlen. Ja. Es ist Schwimmen, kannst du knicken und es ist ja noch nicht mal Planschen. Also zum Schwimmen, tatsächlich, wenn du es auf der kleinen Fläche haben willst, kannst du hier eine Gegenstromanlage installieren. Also bitte, ey. Da wird sich ja das ja schon voll... Ich meine, da musst du halt auch richtig stehen. Ich meine, es geht, ne? Also wenn du richtig schwimmen willst, richtig schwimmen trainieren. Seid froh, dass ihr ja nicht sehen müsst, was ich gerade gesehen habe. Ich habe mir die Achsel geschnüffelt. Ich habe mir gedacht, hoffentlich halte ich das noch durch. Danach hat er geflämt. Ja, also ich meine, das geht ja theoretisch, aber dieser kleine Pool, da wo ich mit Dortmund war, das hat wirklich räudig, räudig, räudig. Also ich meine, du müsstest den halt den ganzen Tag, jeden Tag säubern und dann einmal kurz reingehen. Und dann fällt wieder irgendeine Scheiße rein. Vielleicht fällt sogar Scheiße rein. Nice. Wir haben ein bisschen gefeiert und ich habe die Zeit vergessen. Es ist ein Snickers im Wasser. Gebogen. Also ich würde nicht, würdest du? Nee. Eher so einen Rasensprenger, um drunter zu tanzen. Ja. Also ich meine, wenn ich mich abkömmen würde, dann tatsächlich lieber so, bevor ich sage, ich habe so ein kleines Wasserbecken da. Es gibt ja auch Paar, die sagen hier, Garten ist der permanente Kampf gegen die Natur. Dieses immer Trimmen, immer Drehen, Biegen. Aber ich habe gesagt, wir würden ja aufgeben. Ich meine, geil wäre doch, wenn man echt sagt, von wegen als Idee, ich habe jetzt einfach dieses Ding und dann streue ich da, vielleicht versamt sich das ja, hier ohne Ende Gemüse, verschiedene Sorten schmeiße ich einfach hin. Da schmeiße ich halt einfach irgendwie Kräuter hin. Alles, was du mit Kern bist, spuckst du einfach in den Garten. Ja, genau. Ja, und dann wartest du halt einfach und mäßt dir dann halt immer so den Weg zu deiner Laube oder zu deinem Tiny House oder zu deinem was weiß ich. Eventuell hast du dann halt auch gesagt, von wegen da nehme ich halt auch alte, schöne, moosbedeckte Steinplatten, die dann halt nicht sich so schnell, dass du immer so eine Orientierung hast, wo war mal der Weg. Und dann, ja, scheiß ist natürlich, wenn dann plötzlich halt alles irgendwie so eine, weiß nicht, so eine Brombeersträucher werden, weil die ist ja auch super geil, also da kommst du dann halt echt noch geteilt. Da habe ich übrigens letztens beim Training wieder den Barclay Run angemacht. Ah, ja. Der ist ja auch. Das alte oder gibt es da einen neuen von? Nee, das alte noch. Ich glaube, da gibt es auch, wird es keinen anderen geben, weil das halt das, ja. Ich weiß nicht, man ja spätestens, wenn der Gründer da stirbt, der sieht ja auch nicht mehr so frisch aus. Ach so, ja. Ja, aber und da gab es dann halt auch irgendwie so ein Gebiet, wo sie halt durch so eine komische Hecken oder sowas durch müssen. Naja, wo sie alle die Unterschenkel aufschneiden. Alter, also die Waden sind teilweise nicht geritzt, sondern richtig so gecuttet, so richtig geklafft so. Und denkst du so, boah. Und das war der erste Run oder sowas. Und die sagen ja von wegen, wie viel ist Barclay Run, wenn du es schaffst, fünf oder sieben oder so? Ich weiß es gar nicht, aber irgendwie so, ja. Also generell, dieser menschenverachtende Lauf. Ja. Und da hat es auch gezeigt, wie einer dann halt nachts kommt und hat den Fun Run, also die dritte Runde, wenn du die dritte Runde ja geschafft hast, einen Fun Run. Wie viel hast du dann schon? 150 Kilometer oder so? Also ja, und dann haben die, die richtig guten Läufer hatten dann halt irgendwie so 20 Minuten Pause gemacht. Und das ist ja keine ebene Strecke, sondern es ist ja halt dann irgendwie, du weißt teilweise nicht, wo du hin sollst. Du hast dann lächerliche Wegweiser, beziehungsweise gar keine Wegweiser. Musst halt diese Bücher finden, das hatte ich auch schon wieder vergessen, damit du nachweisen kannst, dass du da warst. Ja, genau. Und die Seiten und irgendwelche Rätsel dann noch. Weil sie halt auch Leute haben. Seite vier, fünftes Wort. Genau, so wie damals die Passwörter, wenn du das Handbuch zur Amiga-Diskette hattest. Und dass denn Leute sich halt auch regelmäßig verlaufen. Dass sie vielleicht diesen Run schon zwei, also zweimal hintereinander und dann beim dritten Mal ist es halt dunkel geworden. Ja, und dein Kopf macht halt einfach nicht mehr mit. Also du bist ja dann schon mehrere Marathons gelaufen. Ja, aber dann Marathons, die nicht auf der Straße, sondern im Wald, querfeldein, hoch und tief. Und das Geile, sie haben auch gesagt, diese Wälder, die Höhen, die da durchrennen, die haben ja dann teilweise zwei, drei Klimazonen. So von wegen, dass der eine meint und denkt, ich hab kurze Hosen an, das ist ja totaler Schwachsinn. Meint er, ja, ist es, weil es da oben schneit. So, meint er, warum sagt ihr das nicht? Ja, weil ihr unten keine kurzen, langen Hosen braucht, weil unten ist warm. Das Geile ist auch, dass er diese Karte ja auch vorher nicht rausgibt, sondern es gibt eine Major-Karte oder sonst was, die ja dann irgendwie jedem einfach so aushändigt und die müssen die abpausen. Und keiner weiß, wann es anfängt. Das ist ja auch noch so eine Sache. Er hupt dann oder klingelt und dann haben die Viertelstunden sich fertig zu machen. Das kann mitten in der Nacht sein oder es kann morgens oder sonst was. Aber es ist halt auch das Geile, dass er gesagt hat, er ist den noch nie gelaufen, der würde den auch nicht laufen, aber er ist ja generell Läufer. Ja. Ach, Barclay Run ist halt echt zu empfehlen, weil das ist halt eine interessante Doku von, also durchgeknallt. Und genau, wie weit Leute bereit sind, sich zu malträtieren. Ja, also das Geile ist halt auch, dass er so was sagt wie, naja, ist ja halt auch verlockend, weil ich wollte so ein Hindernislaufen oder so einen Lauf machen, den jeder machen kann. Und der kostet halt nur 1,75 Dollar. Und dann, und dann dabei lacht er, weil er ganz klar weiß, das ist scheißegal, weil der muss auch nichts vorbereiten. Und dann kommt halt ein Student, der meint, das ist voll gut, weil der kostet nur 1,75 Dollar. Und dann musste er sich voll kaputt haben, weil er dachte, der glaubt das. Also ich meine, es glaubt ja auch, das kostet dich ein halbes Leben, wenn du das verständlich machst. Es kommt übernäher, ne? Das ist doch mal gut hier, ey. Ich sehe gleich schon Horst von nebenan mit dem Gesicht durch die Beine. Ich wollte eine Durchreiche, aber doch nicht zu ihrem Nachbarn. Schatz, falsche Seite. Ja. Gehen wir eigentlich noch laufen heute? Heute ist Training eigentlich. Gut. Also heute ist wieder, fängt wir gerade mal gar an. Ah, okay. Okay, gut. Dann zurück zum Thema. Ja. Wo waren wir denn? Garten überwildert mit Bombeersträuchen und Co. Ja, also ich glaube, was ich tatsächlich vielleicht auch ganz gerne hätte, wäre so wie unser Gartenvorbild Detlef Römisch. Unser, ich hab da jetzt nicht so. Unser grüner Mentor. Er hat halt einfach so eine Ecke da mit ein paar Bonsai. Ah, ja. Also sowas fände ich halt auch ganz geil. Eine zum Beispiel hat so ein festes, wie heißt das, so ein festes Stuhlproblem? Wie heißt dieses Häuschen? Nur Glas. Wintergarten. Ist das ein Wintergarten? Gewächshaus. Gewächshaus, ja. Und hat da ganz viele Kakteen drin. Und auch draußen. Also das Ganze, der ganze kleine Garten ist halt eigentlich wie so ein komisches Lager von Kakteen. Und das ist halt, das sieht schon krass aus, aber ich weiß es nicht. Also Kakteen finde ich auch nicht, tatsächlich so Sukkulenten finde ich ja manchmal ganz attraktiv. Sukkulenten? Also wie zum Beispiel die Aloe, die ich da hinten habe, die finde ich ganz putzig. Im Schlafzimmer habe ich noch eine Aloe Vera. Wieso ist das Ding noch immer in einer Tüte da? In einer Papiertüte? Ist halt einfach so jetzt. Ich wollte nicht, ich wollte tatsächlich, ich suche halt eine bessere Übertopflösung bis dann, kann es auch da jetzt erst mal bleiben. Aber der, Dirk schaut gerade auf den Ginko, der hat auch schon echt ein paar neue Triebe bekommen und oben ist der ordentlich ausgetreten. Köln bekommt Ginkos. Ja. Denke ich jetzt auch jedes Mal dran, wenn ich den gieße. Ja. Weil der, also der wächst wirklich gut. Wie sieht es mit deinem aus, den du dir da bei Lidl geholt hattest? Ginko? Nee, aber du hast ja aus der gleichen Serie, was hattest du dir dieses Fünf-Sternen-Blatt-Ding geholt? Nee. Ja, das gleiche Ding, was wir uns damals bei Ikea geholt haben mit König. Aber wächst das ordentlich bei dir? Also naja, ich weiß nicht, ob es wächst, aber es sieht genauso aus, wie gekauft. Also krass grün und blau und ja. Aber wie gesagt, der hat echt neue Blätter bekommen und der eine kleine Zweig unten treibt aus. Also der, der hat hier ordentlich Power. Dirkytown stirbt, mein ewiges Terrarium. Also das Einzige, was doch ist, obwohl alle Blätter abgefallen sind, ist ein Granatapfel. Ein Granatapfel. Und oben, da habe ich es halt mal abgeschnitten, weil dann oben treiben so zwei, drei kleine aus. Selbst ein bisschen Moos ist schon weggegammelt. Irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ja. Ich habe noch Moos, wenn du es nochmal neu versuchen möchtest. Ja, ich weiß ja nicht, ob Moos so viel Sauerstoff aufproduziert. Ja. Was brauchen sie ja eigentlich? Naja. Also, wenn du es nochmal versuchen möchtest. Ich habe Moos, hätte ich noch anzubieten. Bei mir ist dieser eine Granatapfel da, der überwuchert gerade alle anderen, der da im Kopf größer ist. Ja. Am Fenster. Was ist eigentlich mit deiner Esche? Die kommt wieder. Hat da eine wunderschöne kleine Esche aus dem Innenhof ausgebuddelt. Hier totgeschnitten. Und jetzt ist es halt einfach nur, als wenn jemand so eine alte Knie-Scheibe eingegraben hat. weil sie nicht genug Moos in der Hand hat. Und die kommt wieder. Ja. Irgendwann werde ich sagen können, die ist wiedergekommen. Wie ein vermoderter Kinderarm guckt der da aus der Erde. Mein vermoderter Kinderarm, der kommt auch wieder. Das ist auch ein guter Pflanzenname. Das ist aus dem Volksmund. Und der vermoderte Kinderarm. Der gemeine vermoderte Kinderarm. Ah. Hm. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe schon gedacht, was auch vielleicht geil wäre, wenn du da so eine Scheune hättest und du hättest dann irgendwie zum Schrauben die ganze Zeit irgendwie so alte Mofas rumgammeln. Ja, ich meine, wir hätten ja auf jeden Fall irgendwie so einen Platz, wo wir entweder Möbel bauen oder eben an Mofas rumschrauben. Möbel aus alten Mofas rumschrauben. Ein fahrendes Sofa. Eine Fahrradreparaturanlage. Eine Fahrradreparaturanlage. Das schmeißt dann einfach nur so ein geklautes Fahrrad. Übrigens. Ein Greenscreen. Das Schloss von meiner Freundin war halt irgendwie verhakt oder irgendwer hat halt im Schraubendreher oder was dran rumgekloppt. Auf jeden Fall ging es nicht auf und ich habe da halt auch so Schlosslöse reingegossen und all so einen Scheiß. Und du kriegst aber einen Schlüssel rein und kannst sogar bis zum Widerstand halt drehen. Bloß dann geht es nicht weiter. Da habe ich gedacht, naja, da muss doch ein mechanisches Problem sein. Das heißt, die Feder da drin, irgendwas gebrochen, weil meistens ja dann so ein Stift, der dann was löst und gibt frei, bla. Dummerweise war das halt so ein siebenfach ummanteltes Drahtgedüngel. Aber du hast halt schon diesen Bolzen, der halt quasi in den Verschluss geht. Der guckte so ein bisschen raus. Also quasi das reine Metall. Und dann habe ich mir dann irgendwann, also sie meinte, okay, jetzt ist mir das egal. Und dann habe ich mir von Ursula halt eine Metallsäge geholt und dann stand direkt vorne an der Venetastraße und da ist halt immer Ampel und sonst was. Und ich habe in einer Zeit von zwei oder unter zwei Minuten das Schloss da durchgesägt. Du, ich habe ja hier einen Bolzenschneider. Das ist auch, das geht. Scheiße, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe den auch gerade verliehen, tatsächlich. Okay. Aber da hatte ich, weil bei Yuki stand halt, was sie total genervt hatte, ein Fahrrad angeschlossen vom Laden, seit Jahren. Okay. Stand ist er halt um diesen Bügel angeschlossen. Und dann, als ich mir den Bolzenschneider geholt hatte, da meinte ich halt, ja, ich schneide es einmal frei für einen Kaffee. Und es war halt schnipp, einmal durch diese Ummantelung von der Kette. Ja. Schnapp, schloss offen. Was? Also mit einem großen, ich habe neulich auch einen Test, also einen Testbericht zusammengefasst von der Stiftung Warentest, wo es um Fahrradschlösser ging. Fazit von der Stiftung Warentest zu Bolzenschneidern. Die Sicherheit gegenüber einem großen Bolzenschneider wird nicht getestet, weil die da sowieso durchkommen. Okay. Also es geht halt nur um, hast du so einen richtig großen? Ist ja gar nicht so, weil die richtig großen sind ja dann schon, also der Hebel ist dann halt auch länger. Ich komme halt durch die einfachen Fahrradschlösser durch, aber ich glaube ja, mit so einem armlangen Bolzenschneider kommst du halt einfach durch alles durch. Also da kannst du halt machen, was du willst. Ich habe richtig gefühlt, lange gesägt, es hat aber echt dann nur zwei Minuten dauert. Das Krasse ist, da sind viele Ampeln und ganz viele Autos, haben halt geschaut, aber macht ja keiner, fragt keiner, es gibt auch tausend Fußgänger und du sägst halt munter da sowas durch, dann schmeißt du halt das Schloss hinten rauf mit der Säge und dann ratest du weg. Ja, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, also ich würde das machen mit einem Bolzenschneider, bei einfachen Schlössern einen rechten Kabelschneider. Ja. Also das ist halt... Ja, so ein leichter Seitenschneider, ja. Ja, ja. Irgendeiner der Seiten hieß es ja, Dietrich, wenn du ihn gut bedienen kannst, das ist die beste Lösung, kommst du in fast jedes Schloss rein. Ja. Es dauert halt ein bisschen, bis du weißt, wie es geht und Fahrraddiebe sind halt in der Regel auf eine Schlossart spezialisiert. Ja. Und die kriegen sie halt drauf. Ja, ich meine, aber die, also was ich glaube ich damals schon erzählt habe, diese Doku von den organisierten Fahrrad... Die mit der Säge oder mit dem Winkelschleifer da unterwegs sind. Ja, genau. Also die haben da so eine Akku, wo Flex, und dann haben die halt einen Transporter und dann stehen die sich halt auch an Bahnhöfen oder irgendwo hin, wo dann halt eine Überwachungskamera ist, weil die wissen auch von wegen, diese Überwachungskamera ist halt, die speichert, die zeichnet halt auf und da ist keiner, der sagt, Dietmar, wir müssen losfahren. Und dann stehen die halt da und machen das halt nicht innerhalb von fünf Minuten, sondern die stehen dann halt eine halbe Stunde da und machen halt den ganzen Transporter voll. Die gehen nur... Also einer flext nur durch und der andere schleppt halt die ganzen Fahrräder weg. Dann haben die im besten Fall halt noch Warnwesten an oder so und dann sagt gar keiner was. Und dann... Ja, natürlich. Weißt du, ja, wir sind hier von Firma Pimmelhoff. Wir sollen den Bahnhof freimachen. Die Räder stehen hier seit zwei Monaten. Ich hab halt damals bei GZS, der Griebnizsee ist ja auch diese Universität. Ja. Und da hab ich halt auch jemanden gesehen, der vermutlich, aber ich weiß es halt auch nicht, der war halt mit so einem offenen Pritschenwagen und so einer Warnweste. Und der ist dann da halt auch mit einem Kneifer durch und hat dann gesagt von wegen, irgendwer hat geguckt und meinte von wegen, das sind hier irgendwelche Kurzzeitparkplätze für Fahrräder, die machen halt einmal im Monat immer frei. So. Und dann hab ich gesagt, diesen Satz, den kannst du ja sonst wieder ziehen. Ja, ne, klar. Der hat da irgendwie 30 Fahrräder auf die Dings geschmissen und ist weggegangen. Weggefahren. Die, der ich den Bolzenschneider geliehen hab, die meinte halt auch so, mein Fahrrad steht im Rosenthaler Platz, ich kann da nicht mit dem Bolzenschneider hin und das freimachen. Ich sag, natürlich kannst du. Die meinte dann auch, klar war nichts. Ja. Die hat er da irgendwie zwei Minuten mit dem Bolzenschneider hantiert, das Schloss aufgemacht. Klar spricht sie da keiner an, wenn sie es tagsüber macht. Ich mein, weil du halt einfach auch davon ausgehst, wenn das jemand tagsüber macht, der wird ja nicht dumm genug sein, ein Rad tagsüber zu klauen. Ja, an der offenen Kreuzung. Das sind ja immer die besten, so wie am Tag halt ein... Einbrechen. Ja. Wenn du halt als Möbelpacker reingehst und so. Wie viele Leute dir helfen, halt irgendwie Diebesware rauszuschleppen. Ja, ja, natürlich. Und ich mein, du guckst da die Leute auch nicht zweimal an, wenn da einer in der Möbelpacker... Wenn mich jemand freundlich ansprechen würde, würde ich auch helfen. Ja. Also da wäre ich wahrscheinlich genau dabei. Entschuldigung, kannst du aber die Tür aufhalten, wenn ich über den Flachbildschirm rausgehe. Selbstverständlich. Warum laufen sie denn? Ich könnte ja hier mit dem Argen sie irgendwo hinfahren. Ach so, na dann. Ach, meine Güte, der arme Mann. Ja, gut, dann haben wir nach drüber geredet. Ging ja die Tür auf? Ja. Oh Gott, das ist die Podcast-Polizei. Dirk, wir müssen aufhören. Wo reichen die Leute uns? Wir müssen mit Dirk und Klaus in gmail.com. Oder Ed für Nüsse-Pod auf Twitter. Und für Nüsse mit Dirk und Klaus bei YouTube. Jetzt regt euch mal wieder ab alle, ne? Das ist auch für Nüsse mit Dirk und Klaus auf euren Podcast-Apps. Ja, aber ich sehe nichts. Ich habe es nur gehört. Ich habe es auch nur gehört. Ach da. Vielleicht brechen die auch hier ein. Ne, so weit, weiß ich nicht. Scheiße. Also wenn ihr nichts mehr von uns hört, dann war es das. Dann haben sie uns die Settel-Lizenz geklaut. Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Dirk, willst du noch was sagen? Ach so, ich dachte, du hättest schön rausgezogen. Nein, tschüss.